hallo ihr lieben heute möchte ich mal wieder mit dem raisin arbeiten das ist ja also nicht zu verwechseln mit dem epoxidharz dem resin und genau ich habe damit ja schon immer mal wieder was gemacht gehabt das ist von der firma reihe und ich mag es eigentlich ganz gerne aufgrund dessen erstens es hat vorteile zum epoxidharz nämlich es härtet schneller aus man braucht nicht so lange geduld haben und es wird einfach mit wasser gemischt also mit dem pulver und dem wasser und dadurch ist das halt auch sehr pflegeleicht man braucht nicht noch x komponenten die man da jetzt machen muss das einzige was ich immer so ein bisschen schwieriger finde ist das mischverhältnis und aber ansonsten finde ich macht sich das sehr gut ich bin jemand der immer sehr viel nach dem bauchgefühl arbeitet nämlich dass ich dann so viel an mische wie ich denke das könnte passen und dieses mal möchte ich das herz machen was ich schon mal bei dem hochzeitsgeschenk meiner freundin gemacht habe da habe ich es aber mit epoxidharz gemacht diesmal hoffe ich dass ich ein bisschen besser hinkriege nämlich weil beim hochzeitsgeschenk habe ich so ein bisschen zu dünn gegossen und dadurch stand das herz nicht so richtig von alleine ich musste es festkleben damit es nicht umkippt und ja also ich hoffe diesmal funktioniert es ein bisschen besser ich gebe mir auf jeden fall sehr große mühe dann hatte ich so ein bisschen überlegt dass ich versuche mal so marmorier effekt hinzubekommen resin muss man bedenken das arbeitet nicht mehr so wirklich nach wie jetzt zum beispiel ein epoxidharz und bei epoxidharz wenn man es reingießt dann arbeitet das ja bis es aushärtet immer noch so ein bisschen da gibt es die effekte die so unglaublich schön sind diese effekte passieren beim resin nicht und man muss halt selber unheimlich viel halt vorher schon schauen wie soll es aussehen wie muss ich es hinbekommen und ich habe den dreh noch nicht wirklich komplett raus aber übung macht die meister also dementsprechend seid da jetzt nicht traurig wenn dann immer so die sachen vielleicht nicht ganz so schön werden wie man sie sich gerne vorgestellt hat ich übe da immer genauso und schaue eben auch noch zum beispiel diese oberfläche wo wie erklär ich es wo ich es rein gieße die wesentlich glatter als die andere oberfläche wo dann noch das ganze oben oh gott ich kriegs nicht erklärt ist halt immer noch so ein bisschen rauer und auch da gucke ich aktuell noch wie es am besten wird aber ja ich versuche da irgendwo einfach so ein bisschen mich durchzuarbeiten durch zu testen und zu schauen wie kann es am besten und am schönsten funktionieren dann habe ich für mich so ein bisschen festgestellt dass es besser ist wenn man nicht komplett jetzt zum beispiel das pulver und das wasser gleich zusammen macht sondern immer stück für stück man hat weniger klümpchen man hat weniger das problem dass man nicht durchkommt zum beispiel dass dann eben unten am boden was hängen bleibt oder so man hat wirklich viel viel mehr das gefühl dass man die sachen gut durchmischt und aber da müsst ihr dann so ein bisschen das gefühl auch entwickeln ich habe zum beispiel eben auch dass ich die großen becher eben nehme ich nehme gerne die großen sparte ich nehme sie auch öfter also bin so ein bisschen auch traurig ich weiß nicht ob man das so offiziell sagen darf dass es halt so eine plastikbecher gar nicht mehr wirklich so viel gibt viele läden verkaufen zwar noch sind aber wirklich die restbestände aufgrund dessen weil halt einfach plastik irgendwie nicht mehr verkauft werden darf aber das soll so sein ich werde mich dann irgendwie versuchen auch mit dem der pappe zu arrangieren aber ich finde es halt auch gerade wenn ich jetzt zum beispiel filme ich mag diese durchsichtigen becher halt lieber weil ich euch da manche sachen einfach auch viel viel besser zeigen kann oder ihr besser sehen könnt was ich da tue wie es aussieht ist es mädlich beim epoxid hat zum beispiel eben ob die schlieren weg sind also dementsprechend schade ist es aber wir werden da eine lösung finden ich werde da schauen wie ich euch dann mit pappbechern eben mit hinbekomme und ja hier seht ihr schon ich habe so ein bisschen auf einmal zu viel reingemacht gehabt dadurch musste ich jetzt so ein bisschen den spatel noch mal ein bisschen immer am rand abstreichen aber das halt wirklich der vorteil an diesem material man kann so wunderschön die sachen einfach nochmal ausgleichen und also ich mag sehr auch wenn es eben nicht diese effekte hat wie jetzt beim epoxid harz aber ich glaube dadurch hat man einfach andere möglichkeiten und ja auch mit den farben ich habe bisher noch keine farben gefunden mit denen ich ganz 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 intensiv dunkle farben zum beispiel hinbekomme also es ist für mich aktuell eher das material um pastell farben hinzubekommen helle ein bisschen bunte also nicht wirklich extrem intensive farben sondern wirklich alles ganz vorsichtig und aber auch das hat so sein charme dann irgendwo so ein bisschen umzuschauen wie es am besten funktioniert und genau ich habe mich dann eben auch weil ich ja eben dieser marmorier effekt machen möchte oder versuchen möchte ich glaube versuchen das eher das richtige wort es ist okay geworden kann ich schon vorweg nehmen aber schaut gerne hin und genau und dadurch habe ich mich eben für zwei farben entschieden logischerweise um dann so ein bisschen den effekt vielleicht hinzubekommen ich habe so ein bisschen silber glitzer auch also weiß glitzer weil ich den weil ich gehofft habe dass da so ein bisschen mehr schimmer dann auch reinkommt war jetzt nicht ganz das ergebnis aber auch das werde ich noch hinbekommen ich habe auch diese gold krex ich finde diese gold krex übrigens nicht schlecht ich habe die bei amazon gekauft ich weiß die gibt es bei etta art glaube ich heißen die ich spreche die garantiert immer falsch aus da gibt es die auch die wollte ich mir auch mal anschauen weil die haben sowas also blattgold ist auch schön glitzer ist auch schön aber ich finde die krex die haben halt wirklich noch mal so so richtig schöne effekte die kommen so schön zur geltung und ich habe bisher nur die goldenen und werde mich da aber wie gesagt auch nach den anderen farben mal umschauen und kann ich also nur empfehlen und ja ja dann habe ich mich noch zu einem gold entschieden ich fand es jetzt für so ein herz halt passende ich hoffe das war jetzt so das richtige wort es ist kein richtiges gold gewonnen also das kann ich schon vorweg nehmen das ist auch okay wie gesagt diese erwartung sollte man glaube ich nicht haben an das resin das funktioniert nicht also da ist einfach die erwartungshaltung sollte man nicht haben einfach weil das wird resin nicht liefern können aber wie gesagt ich mag es halt sehr auch dieses finish also wenn ihr das dann mal gegossen habt wenn ihr darüber fahrt das hat so was unglaublich schön angenehmes weiches glattes material also probiert gerne aus ich glaube es kommt gar nicht so rüber wie man es wenn man es beschreibt und dadurch ja ja hier habe ich jetzt unten der stände also das was ich gerade zuerst gegossen habe habe ich halt so ein bisschen auch gemischt und durch dieses reingießen passiert natürlich auch ein bisschen an dem ganzen und dadurch habe ich da zumindest auch ein kleiner effekt während ich so gieße und ihr mir zuschaut ich hoffe zumindest dass ihr mir zuschaut will ich natürlich sagen ich freue mich aktuell sehr dass ganz viele neue abonnenten dazu gekommen sind jeder wahrscheinlich aus unterschiedlichen gründen aus unterschiedlichen videos dazu gestoßen ob aus den short videos wo ich sehr sehr unterschiedliche sachen mache und oder aus musik videos oder eben aus dem bastel videos heraus ich danke euch sehr ich freue mich immer sehr 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 ich bin ja so jemand der ja auch so ein zahlen nerd ist wenn bestimmte zahlen als abonnenten auftauchen dann ist das für mich immer irgendwie auch was mega schönes also wer noch nicht abonnent ist ihr macht mir allein schon wegen den zahlen eine unglaubliche freude also nicht weil es immer mehr sind sondern ich hatte jetzt zum schluss letztens 373 abonnenten und ich liebe es ja wenn da die 373 zum beispiel also so eine zahlen nerds meine ich ist für mich oder 333 wenn es so eine schnappzahlen sind also ja ich weiß jeder hat seine macke also wie gesagt ich danke euch sehr von herzen und freue mich da einfach auch sehr drüber ja hier habe ich jetzt wie ihr seht das ganze so ein bisschen unterschiedlich eben mit immer mal wieder abwechselnd beide farben gekossen dann habe ich diese gold krex da reingemacht sie sind leider nicht so unten nach unten gesunken wie ich es gerne wollte das heißt beim nächsten mal würde ich wahrscheinlich zuerst unten rein machen und dann erst drauf gießen vielleicht habe ich einfach nur noch nicht den dreh raus aber auf jeden fall haben die trotzdem ihr effekt will ich damit sagen also dadurch probiert euch da gerne mal aus was ihr gerne haben möchtet weil die seite wo jetzt die krex sind die sie ist alles so ein bisschen rauer und dadurch ich hätte sie gerne auf der anderen seite gehabt so jetzt ist es auch schon durchgehärtet und jetzt hole ich es aus der form raus jetzt seht ihr gleich das ergebnis und ich hoffe euch gefällt es auch mir gefällt und ich hoffe ihr probiert auch mal aus und genau hier sieht das sieht hat das hat fast so wie so eine so eine pyramiden so eine sandpyramiden die man manchmal irgendwie so in ägypten oder vielleicht auch im eigenen buddelkasten damals als kind gesehen hat finde ich mega schön und ja ja so sieht die rückseite aus die ist so ein bisschen also die andere seite eben die ist halt ein bisschen rauer die hier ist leider dieser marmorier effekt nicht ganz so schön jetzt passiert aber ja wie gesagt ich mag das ergebnis trotzdem sehr wert auch noch weiter verarbeiten ich muss noch schauen was ich vielleicht mache und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen sonntag ich hoffe wir sehen uns nächste woche wieder und dann bis bald tschüss